Welcher Dino ist jetzt zum Schlageln da? Die zwei Kleinen da, die da. Die zwei voll zu engen? Die, ja. Die spucken Arschficker, die spucken und peisen nachher. Aber die können doch nicht, ne? Ja, das ist eben das Problem, die sind schon nicht so super stark. Den können wir uns tamen, der ist easy. Oder hier ist noch so ein Strike-Bond, wollen wir es noch einmal probieren? Jawohl. Aber der lebt und der läuft, der fickt uns weg. Ja, also wenn wir hier aufs Nure Fels. Was hat der für ein Level? Der hat Level 16, Alter. Da kommt der eh nicht hoch, ne? Wo bist du? Ah, dort. Läuft da? Ich habe einen Penis am Sack da, Mann. Ich habe einen Penis am Sack da, gell? Der Grosse, ich fette den Buhrenbeinbecken. Das ist geil, wenn du der Nähe bist von der Grosse, da zittert der ganze Boden, Mann. Und alles. Mann, du bist schon der geborene Glitscherei. Wo bist du denn da rauf gekommen, Mann? Doch, noch. So. Also ich probiere mal, ob ich da drin bin. Mann. Ja, jetzt. Jetzt kommt es drauf an, Mann. Jetzt kommt er entweder auf und fickt uns weg, oder? Nein, er kommt nicht hoch. Gut, chillig, wir sind sicher. Ausser, es gibt hinten einen schönen Weg, wo er hochlaufen kann. Mann, scheck! Mann, ja, ja, nein! Mann, ja, ja, nein, aber nein, Mann, ja, nein! Ah, es ist jetzt ein wenig... OOOOO almost! Er hat einfach ins Meer raus geschossen. Er f*** dich, er kommt hinter dir nach. Warte, ich probiere ihm das Ding von hinten. Wo ist er, man? Hier, bei mir, er kommt auf mich los. Fuck! Bist du da, oder was? Wie ein Psychopath, nein, er ist hinter mir nach. Hey, schau dir an, man! Er rennt einfach drüber rein. Aber ich könnte zaufen, Wasser. Wo bist du? Wasser. Ich kann nicht schwimmen, oder? Oh, blöd ibe, blöd ibe. Komm da rein, Mann! Ich bin wieder auf dem Mauerwixen-Felsen. Schiess dir an, Mann! Schiess dir an, schiess dir an! Mach, mach die ganze Zeit! Komm mal nicht rauf! Ja, lauf um den Mauerwixen! Kannst du so lange? Ich habe keine Stamina mehr, ich bin gerade am Arsch. Nein, Alter! Der kommt nicht auf mich los, ich weiss noch wieso. Oh, jetzt ist er da runter! Ah, jetzt kommt er auf dich? Ja, jetzt bin ich da. Nein, schon! Du bist weg! Und meine Leiche schwemmt ins Wasser raus, Mann! Nein, Alter, nein! Nein! Nein, Mann, du bist da hinter mir! Ich habe jetzt neu gespawnt. Hä? Halle! Ja, halt deine Leiche dann einfach! Ja, wo ist sie? Hier bist du gestorben! Eigentlich komme ich hier nicht weg! Ja, ich auch nicht! Ich kann mich nicht bewegen, Mann! Oh, du musst ein bisschen hinterher glitschen! Wow! Ah, da ist ein Fels... Hä? Aha, da ist ein Fels, Mann! Das hat sie bei mir noch nie aufgebaut! Aha! Wie bist du in einer dreckigen Leiche? Ich weiss nicht, wo du gestorben wirst! Ich weiss nicht, das ist irgendwie im Wasser! Welcher Dino ist jetzt zum Schlageln da? Die zwei Kleinen da! Die da! Die zwei Felsdinger! Die, ja! Die Spucken, Arschficker! Die Spucken und Beisit nachher! Ja, aber die können doch nicht, ne? Ja, das ist eben das Problem! Die sind schon nicht so super stark! Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel müsste ich jetzt, dass der mir folgt, oder? Ja! Darf ich einen auch mal, oder was? Ja, ja! Probier nur! Du drückst mit E, bleibst drauf und dann drückst in Able Following! Wo ist das? Ah, da! Da muss ich draufklicken! So, und jetzt wenn weggehst, sollte er eigentlich nachlaufen! Ja, genau! Und jetzt kann ich ein Viech anvisieren, oder was? Ja, und jetzt siehst du ja, wenn du näher hergehst zu ihm, kommt ja das so ein Menü! Oder? Vielleicht auf der Seite! Ah, leveln kann man ihn auch noch! Jetzt musst du Aggression Level, siehst du, es ist jetzt auf Neutral eingestellt, oder? Und jetzt greift er erst an, wenn du einen anderen Dino haust! Ja, okay! Ja! Ja! Ja, das ist ja auch... Ah, okay! Jetzt kann man ihn noch leveln, kannst du Inventory rein gehen und kannst irgendetwas auswählen, was er besser machen soll. Oder können! Ah, okay! Ja! Jetzt ist wieder scheisskalt, kann das mal sein! 7 Grad, das geht noch! Ja, wollen wir mal probieren, dass sie nicht nur immer rumstehen? Kannst du einen an dich ein, oder was? Ja, das Problem ist, sie müssen einfach zusammenbleiben, sie dürfen nicht weit auseinander, wegen den Herzchen! Die Herzchen sind stärker! Oh, was geht jetzt ab? Ah, der hat unsere Base angegriffen, darum! Nein, Mann, der fickt jetzt alle unsere Dinos im Fall, weisst du was? Das ist total schlecht! Kannst du sie nicht weggerufen, deine Viecher? Ich weiss nicht, wer mit denen nicht nachher? Nein, Mann, die greifen nicht an! Wir müssen ihnen helfen, Mann, irgendwie! Dodo ist tot! Wanderdodo ist tot! Wanderdodo ist tot! Wanderdodo ist tot! Wanderdodo ist tot! Ja, und? Ich habe keinen Fernkampf-Dings mehr, ich habe sie kaputt! Nein, Alter, aber... Wieso hat er unsere Base angegriffen? Gute Frage, nein, ich habe keinen Feil mehr, scheisse! Ich habe keinen... Meine Uhr Steinschleider ist im Arsch! Ich kann sie nicht flicken, was brauche ich für das? Steiglaube oder so? Nein! Der Ankylo ist tot! Alle sind tot, ey! Nein! Ich bin jetzt auch gerade tot, merke ich gerade! Scheisse, den haben wir jetzt ein paar Mal getroffen mit dem... Ja, aber das ist ja jetzt voll der Behindert-Zufall, oder? Das ist ja so, ja! Ja gut, die Base, sind wir ehrlich, ist am dümmsten Ort, wo du es bauen kannst. Ich glaube nicht, das ist einfach so zu mitten irgendwo. Aber ja... Nein, jetzt kommt er auf mich los! Willst du mich verarschen? Verpiss dich, ey, du Wichser! Sind jetzt alle Dinos tot, oder was? Ja, ziemlich. Ja, geil! Ich will dich loswerden, Mann! Der fickt mich jetzt! Ja, und wieso hat der jetzt Base angegriffen? Er ist einfach durchgelaufen und etwas ist kaputt gegangen, oder was? Ja, wahrscheinlich schon, ja! Eigentlich sind die friedlich! Jetzt läuft er wieder normal. Ah, weil er sich abkriegt? Ja, ich glaube es. Okay. Ja, aber das ist jetzt voll Mangobili! Das ist verdammt scheisse! Ja, sind alle weg! Ah, jetzt ist der Fister noch gestorben. Ja! Ja! Ja, jetzt sind einfach ein paar Stunden Taming im Arsch, weil der einfach zufällig ist. Ja, das ist es! Ja, das ist jetzt F**k, aber ja! Da ist er! Was ist das heute? Nein, Alter! Wieso bin ich jetzt abgestürzt? Einfach aus dem Nichts! Ah! Oh Mann, ey! Ähm, also was wollten wir jetzt machen? Holz sammeln für? Oder einen Dino-Schrank? Schrank? Und Dinos einparken? Oder was? Ja, ich weiss nicht, was wollen wir machen? Wir können auch... Ja, ich habe gemeint, du kannst es noch nie flicken! Äh, Herrschall! Ja, weil ich zu wenig Punkte habe, ja! Das ist ja so! Aber da vorne kommt auch der Dino, holen wir uns jetzt, Mann! Ja, warte, warte, warte! Warte, ich komme gerade, Alter! Warte, sag mal! Dann komme ich mit Fleisch, Mann! Aber meine Axt geht jetzt doch gerade kaputt! Ja, aber ich muss auch schnell meinen Scheissdreck flicken, da! Wieder so ein Spuck-Wichser! Spuck-Fix-er! Würde ich Fleisch mitnehmen, du erinnerst! Das brauchen wir für diesen Wichser! Ah, der hat es noch gekocht! Was ist jetzt passiert, Mann? Ja, das Holz ist ausgegangen! Mhm! Kann man auch Knarren flicken, bevor sie ganz kaputt ist? Nein, eben nicht! Das ist eben Scheisse! Also... Vielleicht geht es auch so, wenn du es da... nicht ziehst... Nein, geht nicht! Das ist eben der Scheiss! Kannst du erst, wenn es... Ja... Bin ich eigentlich so überladen, Mann? Was habe ich alles dabei? Ja, ich bin eben auch am Schauen! Ich kann irgendwie... Die verdammt Wichser holen! Jedes Mal holen sich die aus dem verdammt Feuer auf! Ah, Heid habe ich mega viel! Brauchst du irgendetwas? Was brauchst du? Was brauchst du? Ah, Schuhe brauchst du, oder? Ja, voll! Ah, Heid habe ich auch noch! Warte, ich gebe dir auch noch ein paar von diesen Dingen! Äh, da! Craft! Was brauchst du sonst noch etwas? Pension Cap? Jacke oder Hose? Nein, habe ich alles, oder? Das hast du mir alles gemacht! Ja, voll! Einfach die Schuhe noch! Ja, stimmt! Also, warte, die Schuhe... Da! Ich ruhe dir mal, das wäre ein Heid am Boden, gell! Ja, warte, wir tun es sonst in eine Kiste! Ich brauche jetzt nicht mehr! Jetzt haben wir ja alles eigentlich gerade! Okay! Also, die Schuhe sind da, neben dem Feuer, gell! Wieso? Wo ist es jetzt? Ah, okay! Heuui! Heuui! Also, jetzt gehen wir mal Dino ficken, Mann! Der hat dich jetzt einfach dabei, entweder stirbt er oder nicht, oder? Ja, wo ist er jetzt zu tun, oder? Na ja! Hm? Ah! Ich höre mal auf, schlägeln! Nicht, dass er gerade tot ist! Weisst du das Zeug dabei, das Narkose-Scheisse und so? Jupp! Achtung! Oh! Was hat er eigentlich für ein Level? Acht? Ist voll über die Pfeife! Ja, schau, jetzt flüchtet er wie eine Hure! Ja, wir haben im Fall Kalt, gell! Ah! Oh, ich habe ihn gekillt! Scheisse! Bitch! Bitch! Ich frage mich sowieso, Mann! Wenn du diesen Charakter auf 3 Millionen hochlevelst, dann haben nachher einen Fussschlag und der Dodo fliegt ins Meer raus, nicht? Das ist schon so! Haha! Wieso kann ich jetzt wieder... Was muss ich jetzt da... Solange es so kalt ist, musst du gar nicht weg von da, Mann! Weil... Warte! Ja, das ist es! Was ist jetzt für die Zeit? Ah, es ist 7 Grad! 7 Uhr am Morgen! Insofern! Entschuldigung! Entschuldigung! Also gehen wir mal so Hure Dinos ficken! So, Mann! Komm gleich da hinten, Mann! Da jetzt ein paar... Ich muss erst mal schnell trinken, ich habe nicht mehr Durst! Kannst du einfach aus dem Meer saufen, oder? Ja, ja! Einfach runtertauchen schnell, das erfüllt sich auf! Was? Und musst du unbedingt schauen! Unbedingt schauen, Mann! Wenn der Blitz leer ist, geh nicht ins Wasser! Du stirbst! Wenn der Blitz leer ist, er geht ins Wasser und kann nicht schwimmen, und dann gehst du einfach runter und das war's! Okay! Ja! Bist du Mann, du Wichser! Schau mal, verpiss dich! Du Riesenteil! Das läuft einfach wieder! Aber irgendwie, die Maure, der glitscht nicht einfach durch den Ohren! Weil er steht auch drauf auf die Maure! Ich habe das Gefühl, der könnte es schon kaputt machen, wenn er will! Einfach, wenn er auf Agro-Modus ist vielleicht! Ja! Wow! Ja, stand aufs Haus rauf, Mann! Schau dir an, Mann! Hallo! Mit chillig, gell? Laufst du mal drüber! Stabil gebaut hast du, Mann! Ja! Anders, ey! Hehehe! Greif dir eigentlich auch irgendein Weich an, ohne dass du etwas machst! Jaja! Aber da sind wir jetzt in der Safe Zone, Mann! Ja, Mann! Es gibt noch andere Jura-Dinos! Okay! Hehehe! Und da die Jura-Bitsch da? Der f*** dich weg! Schon? Level 4! Der f*** dich weg! Wieso? Der f*** dich weg! Ist der so stark, oder was? Hehehe! Ja, Mann! Die sind riesig! Die Jura-Dinger, Mann! Das ist riesig! Level 4! Das ist ja voll Jura-Pussy! Ja, aber der ist Level 4 in riesig! Weisst du, was ich meine? Okay! Also da kommt es nicht... Ja, okay! Ja! Aufs Level... Es kommt auf beides drauf an! Es kommt aufs Level und aufs Ding drauf an! Der f*** dich auch weg! Schon? Ja, die Jura-Mega-Dinger, die komischen f*** dich weg! Momentan f***t uns ziemlich alles weg! Ja, was sind wir so peinlich, Mann! Was soll das? Ja, wir haben nichts, Mann! Wir haben keine Waffe, ey! Mega wenig Pfeile und... Keine Ahnung! Der beste Trick ist immer noch der mit dem Stein! Du musst einfach hoffen, dass sie nicht raufkommen, so wie vorhin! Du, das ist uren blöd gelaufen dort! Sonst hätten wir ihn sicher nämlich geholt! Wir dürfen ihn einfach nicht gleich killen! Bist du festglitscht? Ja, sieht fast so aus, ja! Also ich schieße mal nicht, dass er nicht gleich verreckt! Warte, ich nehme ihm aber die Hand! Ich gucke sie sich ab! Aha! Sollte sie ihren Penis führen da, ey! Wir gehen! Oh, ich sehe ja auch die Schuhe! Das ist gerade meine Schuhe geschließen! Ein Schlag! Haha! So! Ah, jetzt? Jetzt! Ja, ficken, Mann! Entschuldigung, jetzt haben wir Zeit. Also... Was frisst dich der Beere? Das kommt auch noch drauf, okay. So, und die da drin. Und das Problem ist, wenn du das Zeug drin hast und er stehlt wieder auf, dann ist es weg. Okay. Also einfach genug, genug so einen bewusstlosen Scheiss. Ja, und die Beere. Ich tu jetzt einfach mal die Beere rein. Wie lange habe ich die 10 Dinge? Ich habe gar keine mehr dabei, gell? Was? Die 10 Narkose-Scheisse. Ah, ja. Sollte ich schon ein Zeitchen her. Ja. Jetzt frisst er ein Beere und das Timing ist ein bisschen hochgegangen. Weisst du, was ich meine? Und da sind wir jetzt eine Stunde. Oder so, vielleicht. Je nachdem, wie lange das geht. Ja. Aber wir müssen nicht Angst haben von den anderen Penisen, die da rumlaufen, oder? Ja, solange keiner kommt, der auch aggressiv ist, nicht? Ja. Alter, schon wieder abgeschmiert, ey. Ich caie nicht. Nein, schon? Ich caie nicht. Alter, was für ein Fundament muss ich... Und wie gross ist das Fundament? Ich habe gesagt, es geht ewig. Willst du mich verarschen? 1 Vier-Ecke. Nicht, oder? Ich habe es doch gesagt, wann es geht ewig. Weisst du jetzt, warum ich da die Scheisse sind? Ich habe aber im Falle für 1 Fundament. Jupp. Oh shit. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Du bist festgeglitscht. Komm, Baby. Oh oh. Komm, Baby. Hey, schau dir das. Ein Hai oder so ein Scheiss. Oder ein Delphi. Nimm meine Hand, Mann! Nimm meine Hand! Hahahaha. 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 Und der Dinoman kumpelt hinterher. Hahahaha. Hahahaha. Neiii, Sosch. Hahahaha. So geil. Und der ist auch kaputt, oder was? Der Dinoman knallhärte Selbstmord. Hahahaha. Ich weiss nicht, ob er gestorben ist. Er ist einfach runtergekumpelt wie ein Depp hinterher. Wie bist du? Gerade vor dir? Hahahaha. Soll ich mich nicht? Ja? 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 Äh... Wie siehst du mich? Jetzt bin ich genau vor dir. 1 Meter. Genau vor dir. Ohne Scheiss. Ich sehe dich nicht. Jetzt sehen die Dino hinter dir. Ja, warte jetzt weiter. Oder hierherkommt. Oder siehst du einfach meinen Dino? Ja, den Dino sehe ich. So. Nee. Shit. Ja, da ist noch einer. Ist das gleiche? Wow. Let the war begin, Mann. Das wäre ja scheisse, Mann. Wenn der Fall in die Steine reingedrängelt ist, ist das so geil. Das ist eine Erbe, Mann. Nein, du schenkst nicht mehr. Neee! Was? Was? Was hat der für ein Level? 5-13. Hahaha. 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 Ey, alle tot, Mann. Es sind einfach alle gleicher tot. Ey, ist der so stark? Ich will den Kleiner wegwerfen, ey. Ja, du weisst einfach, was... Nein. Du weisst, was unser nächster Feuch wird, ne? Ja, ein paar von denen da, ey. Ich habe angerufen dich. Ich weiß nicht, was die da. Wir haben eine Kiste hier oben, oder? Item Cache. Ah! Das hat der Dino-Lock, ey. Blöde. Ich muss jetzt eine sauren Foundation bauen, eigentlich. Ich habe keinen Platz. Es war jetzt mega verschwendig, ich weiss. Aber... Aber die auch holst die Dinger. Schon. Ja, voll. Ja. Und jedes Mal, wenn du anzündest, ist eins weg, ey. Hahaha. Ja, genau so. Hahaha. Ah nein, ich glitsche fest. Hahaha. Ja, geh weg, Mann. Ich glitsche auch. Hahaha. Ich kann nicht wegkommen, ey. Hahaha. Hö. Das ist farbiges Oster, Mann. Siehst du das? Ja, voll. Feil aufsammeln. Wie kann ich pfeifen? Pteranodon Egg. Das ist so ein Flugsaurier-Ei. Oh, das will ich einsammeln, Mann. Ja, habe ich. Aber wir können es nicht pflanzen, das ist der Scheiss. Was geht jetzt ab? Hallo? Ah, ich habe einen Flugsaurier geklaut, Mann. Jetzt greift er mich an. Schau. Du, das kann ich bewusst losficken, Mann. Ja, ich weiss gar nicht. Da ist einfach ein Teater, ey. Ich checke nichts mehr, ey. Was ist mit dem, sehe ich da? Zwei Titi auch noch gegeneinander. Halt ihn auch, Mann. Halt ihn auch, Mann. Halt ihn auch, Mann. Ich weiss nicht, meine Störungen haben. Ich gehe auch drauf. Ich gehe auch drauf. Alle gehen drauf, Mann. Und wo verpasset dich? Ja, wo verpass ich. Ah, äh, äh. Ich bin am... Der Vogel, der Vogel ficking mich. Drake ist tot. Was fckt mich jetzt? Der Vogel, Mann. Der Eure ist wirklich stark. Der Vogel, Mann. Dauere ist echt stark, Mann. Fick dich weg. Wieso? Ja, es sind zwei Vögel, die dich ficken. Your Fickies. Ja, jetzt ist er auch tot, Mann. Aber wieso? Oh Mann. Oh, Alter, dauerer Vogel, Mann. Ich kann ja nicht killen und ich kann einfach nichts machen. Okay. Biss mich jetzt da nicht. Ah, er hat es aufgegeben? Nein, er ist jetzt an mir, Mann. Ah. Ach, ich blitze gerade mal aus, Mann. Oh shit, ey. Hat er dich gefickt, oder was? Nein. Ah, jetzt ist er wieder bei mir? Komm in die Hütte, Mann. Komm in die Hütte. In der Hütte kann er uns nicht anficken. Ja, ich glaube... Ja, mein Vino schafft es nicht. Der ist jetzt gerade weg. Nein, Mann, nicht. Ja, der hat noch 1 Millimeter Energie, Mann. Spring einfach, spring, spring. Ja, ja, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin völlig falsch gelaufen. 100% Der Berg da rauf, und dann? Ah, ich laufe zu meiner alten Hütte, Mann. Zu der ersten. Du hättest nicht, du... Wir wären ja gerade da unten am Strand gewesen. Du weisst schon, er hat jetzt gleich aufgegeben. Ja, er hat jetzt gleich aufgegeben. Also runter. Wow, siehst du da? Und... Das war jetzt anders knapp, Simon. Ah, jetzt sind aber wieder einfach beide in Wahrheit. Nein, das gibt's gar nicht. Ah, man hätte sie jetzt auf Passiv stellen, Mann. Dass sie sich nicht einmischen, oder? Ja, schon... Wow, da sind auch etwa... Haha, da sind etwa 30 Geilen von dieser Todelseite. Wo bist du? Bei der Base, oder? Ja, voll. Also nicht, kommen wir nicht zurück. Ah, die gehen da auch... Nein. Aber, und... Ich habe voll die Orientierung verloren, gerade, Mann. Ich habe keine Ahnung, ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, das Urhei ist jetzt theoretisch ein bisschen wertvoll, oder? Ja, das ist schon so, aber das Problem ist... Ah! Läuft in sieben Tage, 23 Stunden und 19 Minuten ab. Oh, tschuldigung. Tschuldigung. Wahrscheinlich können wir sie in eine Dodo rein tun, die... Ja. Ja... Wie kannst du den Scheiss ausbrüten? Du musst... Kacki freischalten, oder? Wow, 31 Tage alt, das ist haltbar im Dodo. Super geil. Du bist jetzt auch da, was so geil wäre. Ah, was hat das denn für ein Level da? Eure Sache, Level 6. Das ist eigentlich noch praktisch, wenn du so einen grossen hast, nicht? Dann kannst du mehrere Leute mitnehmen. Schon so. Aber, äh... Wie können wir runter? Ich chill's auf dem Kopf, Mann, mein Geil. Ja, aber... Yeah, er ist ja legendär davor, ey. Warte jetzt mal. Ich probiere jetzt mal, wenn ich das hier kreite. Ob du auch draufbleibst. Achtung. Schon? Oh! Chillig, Mann, nie! So geil, auf auf den Grinden, ey. Was? Oh, shit, ey. Das geht sicher von unten, auch geil, ey. Andere. Chillig, ey. Das sieht auch behindert aus, Mann. Es ist voll geil. Es ist voll safe. Ich kann da mega easy rumlaufen und so. Das ist schwer, gell. Weißt du, irgendwann kommt man nicht rauf, wenn du laufst. Und? Ah, chillig. Das ist voll geil. Wo ist das? Ja. Ja. Das ist gross. Similarly, dass die Flächensicherheit untergehen müssen. Irgendetwas greift an. Er soll nur kommen. Du hast einen Europenis hier unten. Was will der? Ich verstehe nicht. Wenn ich jetzt zuschlag, gehst du runter. Woaaa! Gehen alle wie ein Stück weg und alle! Shit! Alter, ey! Hast du dir einen anderen eingesammelt? Ey Fiiiick! Ja und der Verdino unter uns ist gerade tot oder was? Das wäre wahrscheinlich schön. Ich habe nur noch einmal zugeschlagen. Das heisst du mit dem einen Wald und kannst eine Villa bauen oder was? So, jetzt schlage ich einmal. Er hat ca. 300-400 Beeren gesammelt. Shit ey. Das ist so geil. Mir fällt die Schillinge auf dem siehe Kopf. Was geht alles? Keine Ahnung, ich sehe nur gestruchten Ball. Er fängt einfach schnell alles weg. Siehst du die Kiste dort am Boden? Ich habe sie innen da gehört. So geil. Ich sehe einfach nichts, warte mal. Was fand ich voll Kiste? Ich gehe schnell ausparkieren. Wir sind irgendwie voll in diesem Baum. Ich sehe sie auch innen. Siehst du sie in den Baum, oder? Jetzt links von uns. Ja. Andere Spiele, Mann. Das hört einfach nicht hoch. Nein. Ich habe sie schon wieder abgeschmiert. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kannst du einen Steinschle... Oh nein, da kommen jetzt auch beide hin. Wenn der Steinschleuder ist. Wahrscheinlich schon, ja. Komm schon mal. Hey, geh doch mal hin. Der Steinschleuder ist einem gefressen, oder? Okay. Ja, ich habe das Gefühl... Oh, dort wäre aber noch ein anderer, der uns helfen würde. Würde jetzt auch helfen, dort oben. Wo? Von so einem grossen Sieg. Ah, keine Ahnung, wenn er es sieht. Vielleicht schon. Schau jetzt wieder, aber gefickt dich, siehst du es? Von wo? Von was? Was ist es denn? Siehst du es? Ja. Oder ein T-Rex oder was das ist? Ja, das ist etwas etwas grösseres, aber ich weiß nicht, was das ist. Jetzt bin ich gespannt, wer hier gewinnen. Ja, aber der Obergott auch nicht helfen. Du weisst schon, dass wenn er sagt, dann sind wir die nächsten. Ja. Er flüchtet! Legendär! Das ist so ein T-Rex, Mann. 100%! Ist es ein T-Rex? Dann können wir jetzt fiesten. Triffst du dich noch mit den Schleubern? Ich habe noch einen Stein. Oh. Ja, aber der hat schon auch eingesteckt, der ist ziemlich blut. Ja, schon. Schau jetzt, kommt er wieder, Mann! Schau, er kommt wieder! Jetzt ficken wir das Sire. Ja, ich. Aber wenn ich jetzt zuschläge, dann treffe ich noch Riesen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, Mann, wir sind nicht gefickt. Steckt er fest, oder was? Ja. Gute, Frau. Hau mal draus, Mann. Oh, shit, ich verliere Energie, Mann. Ich muss hinterher gehen. Oh, 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 oh. Oh! Oh! Irgendetwas hat meine Schuhe kaputt gemacht. Bist du ja bestanden? Oh, nein, ich bin noch oben, aber irgendetwas trifft mich. Ja, der Hure Scheissgross da. Ja, das ist jetzt immer das Problem, dass der Grosse... Jetzt setzt's. Woah! 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 Wo ist er jetzt, der T-Rex? Jetzt fickt uns etwas, oder? Was ist das, Mann? Was ist das, Mann? Wo bist du? Ah, ist gut. Ah, ein Carnot. Das war kein T-Rex, Mann. Das war ein Carnot. Das ist ein kleinerer. Wieso hat er uns jetzt so schnell geklappt? Ja, der ist ja schon... Nein, da vorne ist er! Der kommt erst! Aha! Ah, ja! Und der ist schon kaputt, Mann. Der ist schon kaputt. Ich werde ihn selber schlagen lassen, ne? Der schlägt nicht, wenn du reitest und... Ah! Moment. Ah! Oh, oh! Dumme Idee gewesen, Mann. Hahaha! Irgendwie... Uns steckt irgendwie fest. Halt er gar nicht, oder? Ah, jetzt! Jetzt rennt er weg, nicht? Hat er ihn? Ah, nein! Ah, nein! Ah, nein! Ich scheiße auf einen Eiger. Ich kann auch sagen, ich hab noch viel, oder? Ah, nein! Oh, oh! Oh, jetzt flüchtet... Du verdammt, Mann! Oh, shit! Oh, der hat noch einen Millimeter im Fang! Okay! Oh! Oh, oh! Hau! Ja, das ist... 1 Millimeter, Mann! Oh! Hau! Hau! Ab mit dem Dino, eben! Ja, ja! Okay, ja, ja, entschuldig! Ja, der T-Rex ist Schnee, er geht berg. Er ist schon oben. Er kehrt, er kehrt, er kommt zurück. Ah, er hat wieder kehrt. Ah, ist chillig, ist chillig, ist chillig. Ah ja, er muss schnell regenerieren. Oh, was ist das? Oh, du wirst gefickt. Jetzt weg, Mann, die wirst ein Ficker sein. Ich habe noch nicht viel gelegt. Ich bin vergiftet. Oh, oh. Oh, kommt der T-Rex wieder? Fusher. Ja, voll! Nein, das? Oh, voll! Ist er gerade da? Er geht Energie tanken, dann kommt er wieder rein. Das ist ein riesiger Pussy. Ja, Mann, so ist es gut. So verweckt er sie auch so. So kann er nicht... ...beissen. Ja, Mann, das ist geil. So bringen wir sie sich kaputt. Ja, Mann. Ja, Mann. Schau, flüchtet er wieder wie eine Hure, ey. Irgendwie hang ich in diesem Hure Wichserstein fest. Nein. Rückwärts und so. Komm, komm, komm. Das ist auch eine Notte, ey. Jetzt kommt er wieder. Nein, nein. Schau, ich gehe jetzt mal ins Inventar. Schau, ich gehe jetzt mal ins Inventar. Schau, einfach die Hure Beeren reinflösen, oder? Toll, Mann. Ja, voll, warte, das ist so. Fass zu sein, ey. Köh, brauchst du Peele, oder? Ey, und alles stürzt ab und ruckelt wie ein Penis, Mann. Uuuuuh! Ey, das sind's etwa, ich weiss es nicht, etwa 3000 Peele gewesen mit einem Schlag, ey. Scheuuuut! Legendär, ey! Ooooah! Ja, ich kann mich dran aufrufen, auf jeden Fall. Oh, shit! Aber was ist mit dem Mure Boden nicht gut, ey, dass es das sowieso gibt? Keine Ahnung im Volk, keine Ahnung. Aber weisst du, ich habe mir eine Lehre. Ich nehme jetzt Narko-Berrys hier ein paar zu mir. Voll. Den von denen hier ein paar zu mir. Einfach scheisse. Voll. Ich habe jetzt mal 100 Bier reingestopft. Ich weiss nicht, ob es etwas gebracht hat. Ich mache noch mal 100 Bier. So, süß. Are you sure you want to drop all of its items? Ja. 1.150 Narko-Berrys weggeriebt. Und ich habe immer noch relativ viel bei mir. Was liegen jetzt hinter uns? Bei 500 Kisten? Ah nein, es hat einfach einen Rucksack gegeben. Schau. Boah, weisst du wie? Du findest den Rucksack, den kannst du 100 Jahre leben. Ah, entschuldige. Aber er braucht ja auch noch Bier zum Fressen, Mann. Ja, ich habe ihn jetzt wieder reingestopft. Ja, und sonst haust du eigentlich. Ja, sonst ist er. Ich mache jetzt nichts, oder? Er macht es selber. Okay, rechts ist ein Kroki. Das ist noch nicht bei uns, das kommt zuerst. Ja, und kannst du schnell ein Inventar leer? Ja. Ja. Okay. Oh-oh. 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 Nein, jetzt komme ich noch frisch. Ah, das habe ich noch gar nicht erwischt. Geil, geil, geil. Kein Frosch auch weg. Wow, was ist das denn? Du bist über die Beenschlange, ey. Nein, irgendetwas f***t mich. Oh nein, mein Game ist abgeschmiert. Übernimm den Dino. Nein. Jetzt ist es, Mann. Man. Nein. So schwul. Dino ist auch weg. Dino ist tot. Du? Was ist das? Du hast da nur einen Fickvogel-Tamor? Ja, warte, ich habe da... Oh, Schlange ist hinter mir! What the f***? Ich muss rennen, warte. Das ist ein Scheissvogel. Ich habe die Schlange zu aufgegeben. Geil, das ist ja. Ah, jetzt komm. Oh, nein. Oh, nein. No, nein. Millimeter leben. Komm, Baby. Wie lange habe ich abgehängt? Ich kann nicht mehr umgehen, nicht mehr rennen. Ich bin einfach da. Bist du voll? Nein, nein. Ich bin einfach alttot. Es wird besser, es wird besser. Dann kann ich wieder ein bisschen schneller laufen. Keine Ahnung, wenn ich durchrehe, Mann. Oh, ein Skorpion! Ein riesen Skorpion, Alter! Ey, shit! Wo ist er? Ah, dort. Ich bin einfach am rennen, Mann. Egal, wo du durchgehst, überall kommt etwas grosses. So geil, dort überlebt das Fuss. Das kannst du einfach vergessen, Mann. Weisst du, das müssen wir theoretisch haben, Alter. Was denn? Im grossen, wo man drauflaufen könnte. Irgendwie nur ein T-Rex, der hinten nachläuft, ne? Echt? Ja? Was machst du? Ah, nein. Ich bin nur behindert. Der Skorpion habe mich gestochen. Jetzt blicke ich am Boden und... Pfff! Ja, eis. Jetzt wirst du eh aufgepressed, Mann. Skorpion wird gefickt von so einer Huren Kuh, da. Mit dem Schläger da vorbeifeln. Ja, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Bist du nicht? Ja, ich renne... Ich kann gar nicht rennen, Mann. Ich habe keine Energie, Mann. Das Ding ist einfach leer. Ich weiss nicht, wo durch, ehrlich gesagt. Ich bin properties aufgefallen, wenn ich so meine Reaktion habe. Das Ding ist einfach leer. Nein, ich habe da. Ich habe da über das Ding, ich habe da. Oh! Ich habe da ganz, wo ich es aus Koppel. Ich habe das Ding, ich habe da. Ja... Wie kann man das? Das war's. Also, bist du jetzt tot, oder was? Ja, ja. Noob. Ja, und was ist Pornummer? Meist noch nicht. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben. Abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Noch mal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, von daher, bis zum nächsten Mal und Ciao! Wenn, bis zum nächsten Mal. Historischer Rechenbrot über alles G In der Nachknur und crap Bis zum nächsten Mal.